Was in dieser Folge geschehen wird? Oh nein! Er nimmt den Rangy! Er nimmt den Rangy! Nein! Nein! Nein, nein, mein Lammo! Nein! Komm her, komm her! Oh mein Gott, ich hab ihn ausgenommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, Freunde, Autos sind jetzt im Game! Zack, 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 zack! Wum, 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 wum! Wait. Ey, hör auf! Sag mal, ganz wild hier unterwegs wieder, meine Jüde! Zack, 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 zack! Oh nein! Er nimmt den Rangy! Er nimmt den Rangy! Oh mein Gott, er nimmt direkt den Sportwagen! Oh nein, lass mal Wagen in Ruhe! Bro, lass mal Wagen in Ruhe! Nein! Nein! Er nimmt meinen Lammo! Er nimmt meinen Lammo! Nee! Digga, da sind wir direkt unterwegs! Da war das Problem! Warte! Digga, wer nennt mich gerade? Okay, du hältst deine Schnauze! So, wir müssen jetzt den Lammo-Fahrer! Den Lammo-Fahrer müssen wir catchen! Bitte, er hat nicht das Ding kaputt gemacht! Oh, der Lammo-Fahrer! Nein, er spielt so dreckig! Digga! Er hat das Ding kaputt gemacht, um Leben zu catchen! Digga, warum ist er so langsam? Warum ist er Benz so langsam hier? Wo ist der Lammo-Fahrer? Wo ist er hin? Hättest du das Ding kaputt gemacht? Und das einfach... Oh, der Lammo ist ja schnell! Woo! Digga! Oha! Digga, dieser Wagen ist eine andere Liga! Ich konnte den auch gar nicht hitten, ne? Und wenn Apo-LD der alle, ich den nicht hitten konnte... Dann hat sowas so bedeutet, guck mal, ich brauche ein paar Fische, weil lebenstechnisch geht besser! Ich sag mal so, geht besser! Und deswegen gucke ich erst mal hier... Aha! Hüah! Oh, nee! Oh, nee! Oh, das ist genau... That's what I'm talking about! Wisst ihr, das meine? Ich brauche meinen Lammo, ich brauche meinen Lammo, Freunde! Ey, ich muss schon zugeben! Der erste Wagen... Nein! 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 Nein, nein, mein Lammo! Nein! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Nee, kannst nicht mehr! Kannst nicht mehr! Kannst nicht mehr! Du hast meinen Lammo kaputt! Kaputt gemacht! Ey, Leute, Mann! Ey, ich will einen neuen Lammo haben! Ist mir egal! Was klaut denn mein Lammo? Ich muss euch mich rauf! Komm her! Geht over hier! Okay! Okay, es geht weiter! Es geht weiter, nehmen wir das hier mit! Ja, komm, ich muss jetzt einfach diese C-Klasse von Mercedes hier nehmen, so wie es aussieht! Aber immerhin hat der geilere Räder! Und der ist auch nicht so schlecht, Digga! Ey! Meiner war voll langsam! Ich hatte... Stimmt, davor hat kein Mercedes! Das hat so ein... So möchte ich gerne ein Gerät gehabt! So! Ey, ich sehe gerade! Ich habe, glaube ich, irgendwas gehört, ne? Ich habe es gewusst, Digga! Apo-Adea, er bildet sich! Oh, Digga! Auf jeden Fall schmeckt! Die Kills schmecken gerade hardcore! Aber ich will trotzdem ein Lammo haben! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Reflexe wie Apo-Adea, der Allechte kann man nicht haben! Ey, was macht der denn, Digga? Der Mod-360 ist bis zum Geht nicht mehr! Okay, wir machen das jetzt so! Ich nehme das hier mit! Und hart auf hart, die Pump fühle ich irgendwie ein bisschen mehr als ein Tag! Digga, das Ding ist jetzt... Oh, das ist ein Splash! Juhu! Oh, so ein Benz! Wo ist mein Benz, Mann? Scheiße, mein Benz-Salon! Er hat mein Benz-Salon! Oh, jetzt habe ich hier so ein... Ah, das ist ein neuer Benz! Aber er hat... Nein, der ist nicht so schnell wie der Alte! Mein Alter hatte... Er hätte goldene Felgen gehabt! Ich schwöre, dass ihr mein Alter hat goldene Felgen gehabt! Da war dann irgendwie... Die 10 kam er auch schneller! Das ist ein Prank, Mann! Aber die Musik fühle ich dafür hier! Ja! Komm, Freestyle-Apo-ID! Ich weiß, das reicht auch wieder! Alter, der ist ja übel langsam! Das geht nicht! Was ist das? Ey, kann... War das ein Gegner, oder was? Ey, ich bin so langsam, ne? Bro, man kann auch drauf nicht! Ja, ganz normal auf seinen Fußnagel geschossen, dann hat er das jetzt ja noch wieder! So, brauche ich die Verbände? Harte, verbrauche ich nicht! Habe ich noch mal die nächste Sniper hier mit? Man weiß ja nie! Ja, ich würde mal langsam wagen! Hör auf, Alter! Das ist so schlimm, ne? Bro, ich will meinen Lambo wieder haben! Ey, ich schwöre es euch! Nächste Episode, wie den fahren? Lambo, egal! Ohne Witz, wir fahren die ganze Zeit Lambo! Ist mir egal! Ist mir egal, Freunde! Ah, ey! Das Ding kann sogar auf dem Wasser fahren! Okay! Okay! Aber ganz ehrlich, das Boot ist schon schneller! Da kann man sagen, was man will! Ey! Ey! Ich wurde gefrankt! Was war das? Ey! Digga! Digga! Was ist los? Ich kann den nicht mehr fahren! Ich kann den nicht mehr benutzen! Digga! Ey! Leute! Bitte! Kann man das hier heute erklären? Uh! Upgrades, Bro! Upgrades! Ey, Leute! Das fand ich jetzt echt nicht in Ordnung gerade, ne? Das fand ich jetzt wirklich nicht in Ordnung! Muss ich zugeben! Das muss ich schon zugeben! Das war jetzt echt nicht fair! Ich weiß nicht! Ich habe Schoss gehört! Ja! 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 Ich hoffe, ich kriege beide kommen! Bitte, Red! Äh! Da soll ich ein Jagdgewehr! Vielleicht kann ich einen Headshot geben! Bitte! Ich sehe gar keinen noch! Oh mein Gott! Was ist das für ein Erdbeben, Digga! Headshot! Ich schwöre, es war noch jemand! Da war noch jemand! Leider ges- Failed! Oh mein Gott! Ich habe ihn ausgenommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe ihn ausgenommen! Habt ihr gesehen? Ich habe direkt in einer Millisekunde die Wand gebaut! Und genau in der Sekunde hat er einfach die Granate geschmissen! LOL! Digga, ich habe ihn übel hops genommen! Digga, ich habe ihn übel hops genommen! LOL! Ich bin der Beste! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! Ich brauche einen Wagen! Ich brauche Mobility! Ich habe nichts, Digga! Komm schon! Halt auf mit dieser Kacke hier! Nein! Keine Headshot! Oh! Digga, ich wollte mir snipen, Mann! Oh mein Gott! War das knapp, Digga! Hohohoho! So! Ey, E-Bots, lass mich in Ruhe! Ey, ich schwör, lass mich in Ruhe! Mach keine Faxen! Ah! Ey, irgendwie glaube ich, die Flugbahn von dem Jakke hat sich irgendwie verändert, Digga! Digga! So ein geiles Feeling gerade! Oh mein Gott! Ein Taxi auf Crack! Okay, er merkt, er merkt, er meint es wirklich ernst hier! Okay! Ready! Schön auf dem Schienbein geschossen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Schon wieder! Was wird da saunlos? Warum ist das so wild da gerade? Ey, das ist nicht mehr normal! Oh, wow! Oh! Ey! Ich hab mich eingesperrt! Digga, ey, ich will Drecking-Bots, lass mich doch einfach in Ruhe, Mann! Ich will keinen Stress! Warte! Hier, du kriegst einen Headshot, der auf Quickscope angelehnt! Jetzt nerv' mich nicht! Okay! Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Oha! 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 Wo ist der Typ hin? Wo ist der Typ hin? Ich höre jemanden gesehen! Da war doch gerade jemand... Bin ich behindert? Da hinten ist noch mal jemand, okay! Ich muss die Bahn jetzt genau berechnen, meine Pum aufladen und den verrückt hitten! Schade, Digga! Ich hab ja nicht verrückt gehittet, aber war es... Es war süß, war süß! Oh, Metz, Digga! Leckerli! Leckerli! Ey, warte, warte! Die Munition krall ich mir, Digga! Oh, jetzt ist... Das so fühlt sich für mich das Spiel an! Digga, das ist ja wie Lambo, Digga! Oh, damit ist der Radar, der ist wie Lambo! Okay! Digga, den hab ich so doll gehört gerade! Nein! Okay, er hat... Er hat den Grappler... Er hat den Grappler will flüchten, ich merke gerade! Hau jetzt nicht ab, Bro! Hau jetzt nicht ab, wo ist er hin? Wo ist er hin? Da hinten! Oh Gott, Digga! Oh Gott! Wo ist er hin? Er hat mich verloren! Ich hab ihn einfach verloren! Oh mein Gott, du bist da! Oh mein Gott, du bist da! Du bist da, Bro! Nein, der ist der Beste! So! Harte, ich brauche gar nichts! Ich brauche wirklich gar nichts! Ich brauche wirklich nichts! Ich brauche wirklich nichts! Endgame! Brauche ich ja kein Grappler! Brauche ich nicht mal vorher! So, ich höre gegen den Gegner, die hohen sich gerade, glaube ich, gegenseitig! Oh nein, Digga! Ne, er holt nur die Bots, oder? Digga, ich hab den beiden die dicksten Headshots gerade auf Süß gegeben! Die dicksten Headshots habe ich gerade auf Süß gegeben! Okay! Zack! Zack! Wir haben nur noch einen Gegner! Oh, diese komische Musik nervt mich gerade ein bisschen! Ist ja noch irgendein Bot unterwegs! Ich habe der letzte Gegner hat sich gerade erkennbar gemacht! Oh mein Gott! Ganz ruhig! Wow! 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 brauch ich denn das! Ich brauche einen Sniper. Digga, das...der Typ nervt halt. Ich brauche ich sogar aim- Okay ich brauche einen Sniper! Wir haben jetzt einen Sniper! Ok! Haut auf! Apo, 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 Apo Apo, 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 Apo